Ich habe ja leider 15 Jahre konsumiert und nach vier Jahren hatte ich eigentlich schon den ersten Tiefpunkt. Also da habe ich schon angefangen, Sachen zu verkaufen. Dann geht das mit dem Lügen auch sofort sehr schnell los. Man belügt, also ich habe eigentlich alle Beziehungen der letzten Jahre komplett zerstört um mich rum. Also ich habe vielleicht John und dann gibt es noch drei andere Menschen, weil ich ja erst seit einem Monat aus Therapie wieder bin. Aber im Vorfeld habe ich alle auch verloren dadurch. Und das hat sich bei mir halt über Millionen Jahre, nicht Quatsch, eben über 10, 15 Jahre gezogen.